Die PER & PER GmbH versteht sich als moderner Produktionsdienstleister im Bereich der Dreh- und Frästechnik. Der Meisterbetrieb mit Sitz in Pfarrkirchen im Mühlkreis steht für höchste Qualität und Kosteneffizienz. Das erfahrene Team produziert nicht nur Bauteile für den Turbinenbau und die Lebensmittelindustrie, sondern auch komplexe Automatisierungsmaschinen. Dank Hightech-Software und neuester CNC-Technik ist bei jeglichen Dreh- und Fräsarbeiten absolute Präzision garantiert. Die PER & PER GmbH geht flexibel auf Kundenwünsche ein und erledigt sämtliche Aufträge zur vollsten Zufriedenheit ihrer Kunden. Auch Termintreue wird besonders groß geschrieben. Die motivierten Mitarbeiter bilden sich regelmäßig weiter und sind den Herausforderungen der Zukunft bestens gewachsen. Somit ist das Team der ideale Ansprechpartner für Kunden aus verschiedensten Branchen. PER & PER GmbH – Fräserei 2.0 und in der Zeit kann man diesen wiederholen mit dem